Die neue Woche hat begonnen und alles scheint ein bisschen anders. Klar, wir haben Zeitumstellung auf Sommerzeit in Amerika und dementsprechend sind wir eine Stunde früher im Losgehen und eine Stunde früher im Fertigwerden. Das heißt, die Märkte machen um 14.30 Uhr auf, schließen um 21 Uhr und dann ist dann auch Feierabend bis zum nächsten Tag. Das Ganze gilt für zwei Wochen, bis wir dann in Europa ebenfalls umstellen. Das heißt, zwei Wochen haben wir jetzt diese etwas eigenartige Zeitsituation. So, das wird allerdings den Markt per se nicht wirklich massiv verändern, außer dass vielleicht natürlich der Markt in Deutschland ein bisschen zeitlich zu anderen Uhrzeiten beeinflusst wird aus Amerika. Damit müssen wir natürlich rechnen. Ich möchte aber in diesem Fall jetzt gar nicht auf den deutschen Markt so sehr eingehen. Ich habe am Wochenende, ihr habt wahrscheinlich das Video gesehen, zumindest mal, wenn ihr diese Sachen verfolgt. Da hatte ich ein Video für vorbereitet. Ihr habt es vielleicht auf YouTube gesehen oder auf Finanzmarktwelt.de. Falls ihr nicht bei Born for Trading mit dabei seid, dann habt ihr das da auf jeden Fall. Ansonsten würde ich euch empfehlen, schaut euch das sehr gerne an. Deshalb möchte ich mich jetzt hier auf die amerikanischen Indizes ein bisschen mehr fokussieren im heutigen Video und mal gucken, was wir da aktuell rauslesen können. Und das ist durchaus übersichtlich, wie ich finde. Gehen wir mal einmal noch, weil wir ja jetzt nicht so wirklich viel Neues haben hier im kurzen Chart, aber gehen wir mal hier auf den etwas längeren Chart noch mal ein. Wir sind immer noch im Unterstützungsbereich des Dow Jones. Da hat sich nichts verändert. Hier ist eine deutliche, eine massive Unterstützung. Ihr seht das an den Zwischentiefs. Ich mache das mal einmal groß, dass man sich das noch mal gewahrhört. Das war hier so das Sommertief letzten Jahres, das Herbsttief letzten Jahres beispielsweise. Ungefähr die Zone. Dann haben wir hier noch zwei grüne Linien. Das sind so Symmetrie Marken, also bezogen auf so Rücksetzer, die wir vorher hatten. Und man hat so halbwegs den Eindruck, naja, da ist doch eine Unterstützung da. Und tatsächlich ist sie da. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass tatsächlich der Markt sogar hier nach oben geht und wir vorläufig noch steigende Preise zu erwarten haben. Zumindest mal beim Dow Jones in diesem Fall. Allerdings, ihr seht, die andere Alternative, die ist das ein bisschen ähnlicher als das, was wir beim DAX auch hatten. Das ist klar, das wäre diese A, B, C Lösung. Falls es nicht diese 1, 2, 3, 4, 5 Lösung wird, dann wäre es die A, B, C Lösung, die da in Frage käme als eine Möglichkeit. Und ja, dann wird es eventuell da auch nochmal teuer. Da will ich im Moment nicht drauf eingehen, denn der ist noch so was von safe, was diesen Richtungsumschwung angeht. Das heißt nicht, dass das nicht passieren kann. Das kann jederzeit passieren. Ich habe Gründe auch, fundamentale Gründe sogar genannt in meinem Video am Wochenende jetzt hier zum DAX. Aber jetzt in diesem Fall wollen wir es mal so lassen. Charttechnisch ist das ganz normales Verhalten. Die Marktteilnehmer werden sicherlich nicht besonders alarmiert sein, selbst wenn der Kurs da noch ein bisschen tiefer geht, was das angeht beim Dow Jones. So, gucken wir auf einen kürzerfristigen Chart. Dann sehen wir, dass wir relativ stabil seit dem 24. Februar, einige erinnern sich, was Ende Februar passiert ist alles. Da seitdem eiert der Kurs hin und her. Es ist nicht wirklich mehr was Deutliches passiert hier, was die Kursbewegung angeht. Er ist in einer Seitwärtsbewegung. Keiner weiß so richtig, wie damit umgehen. Also das ist eine große Fragezeichenbox und die lässt nichts klar erscheinen, was jetzt hier als nächstes passiert. Es ist absolut denkbar, dass der Kurs hier nach unten sich nochmal fortsetzt. Im Sinne von, naja, dann sind wir halt nochmal wieder nach den Gegenbewegungen wieder auf der Abwärtsseite unterwegs. Es ist genauso denkbar, dass der Kurs nach oben geht. Wir wissen es nicht. Viele würden jetzt fundamental sogar argumentieren. Das ist ja auch logisch, weil wir jetzt nur darauf warten, ob der Krieg zu Ende geht oder nicht. Ob Putin niedergerungen wird von den Sanktionen. Ich halte das mal für nicht wirklich realistisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass das, was wir da jetzt im Moment gesehen haben an Sanktionen. Viele sagen ja, aber das ist die Staatspleite. Lassen wir uns überraschen. Ich bin kein Historiker. Ich bin auch kein Kriegsstratege. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass es so einfach nicht ist. Und offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Denn ansonsten müssten die Marktteilnehmer ja jetzt schon sagen, die Sanktionen sind raus. Ab jetzt ist es klar. Es kann nur nach oben gehen. Ich kaufe jetzt schon mal. Ich will es ja möglichst günstig haben. Das heißt, hier geht es nicht darum, was ich denke, sondern hier geht es darum, was die Masse der Marktteilnehmer denkt. Und die Masse der Marktteilnehmer zweifelt daran, dass das das nahe Ende des Krieges ist. Und oder, das wissen wir nicht, dass selbst wenn der Krieg zu Ende sein sollte und alles dann doch wieder friedlich wäre, was wir allen Menschen dort natürlich wünschen. Es ist mir ganz egal, auf welcher Seite welche Menschen sterben. Das ist immer doof. Und das ist eine sehr harmlos gewählte Wortwahl. Aber nicht akzeptabel, wenn Menschen sterben. Aber die Frage ist ja, wenn es wirklich beendet ist, bedeutet das dann, dass wir auf einmal wieder Aufschwung haben? Oder kann es nicht dazu führen, dass die Situation sich alleine durch die Sanktionen auf der anderen Seite, vielleicht durch die Zerstörung, vielleicht durch die Probleme in der Agrarwirtschaft, die wir haben, Probleme in der Energiewirtschaft, die wir haben? Jetzt kam noch das Neon-Argument dazu. Wie gesagt, das habe ich im anderen Video intensiver angegangen. Aber dass wir dadurch massive Einflussnahmen noch haben, das heißt, die Welt ist nicht so einfach mit, ist doch klar, ist das beendet? Geht es hoch? Ist es nicht beendet? Schauen wir mal. Und ich wünsche mir sehr, dass kriegerische Auseinandersetzungen zu Ende gehen. Und ich erinnere natürlich auch all diejenigen, die ein Kaufdepot haben, also hauptsächlich Long-Positionen in ihrem Depot haben, dass es wieder nach oben geht. Aber es geht dabei leider nicht um meine Wünsche, sondern es geht um das, was die Marktteilnehmer tun. Und das ist eben ganz klar das Zeichen. Keine Ahnung. Das zeichnet sich auch im Intraday-Chart hier ab. Immerhin. Und das ist dann vielleicht das, was wir für den heutigen Nachmittag mitnehmen können. Das ist mal eine starke Aufwärtsbewegung. Und wenn wir daraufhin eine wackelige Abwärtsbewegung bekommen, wäre das wieder der Bruch oder der Unterschied dieser beiden Richtungen. Und wir hätten vorzüglich die Aufwärtsrichtung. Ich muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass wir mit dieser Bewegung hier vorne nicht wirklich impulsiv unterwegs sind nach oben. Dann haben wir hier die starke Gegenbewegung wieder das. Also ich wäre etwas vorsichtig mit unserem klassischen 1 zu 1 Projektion, denn das macht auch durchaus Sinn. Das, was wir hier haben von da nach da, ist definitiv nicht die erste Bewegungswelle nach oben. Wir kamen ja schon von tiefer. Das heißt, ich darf da nicht argumentieren, das ist die erste und die erste kommt doch immer nochmal. Statistisch gesehen ist es so. Habe ich ja häufig schon gezeigt, die Tabellen dazu. Aber nehmen wir es mal so hin im Moment. Das ist dann ganz typisch. Vorsichtig. Das ist da nicht gesichert, denn es ist ja nicht die erste, denn wir waren ja vorne schon gelaufen. Wir müssen also abwarten, was das bedeutet. Es kann viel höher gehen, es kann weniger hoch, wir wissen es einfach nicht. Was wir aber wissen ist, wenn die Seite stark ist, jawohl, die ist stark, und wenn hier sich eine schwache Seite anschließt, wird sich die Aufwärtsseite fortsetzen. Das ist das typischere Bild. Nicht das, was immer gilt, aber wenn ihr sowas habt, eine irgendwie A-B-C-Geschichte, sind die Chancen in der Richtung deutlich größer. Das habt ihr hier im Kleinen auch. Zack. A-B-C-Geschichte sind die Chancen deutlich größer. Und der Tipp, wenn ihr dann den Bruch nehmt, was ja so ein Klassiker ist, man kann auch gucken, ob es hier ein Cluster gibt an der Marke. Viele sagen immer, es ist ja unkonkret, was du machst. Ich gebe es zu, es ist unkonkret. Aber ich habe ja noch nicht mal diese Bewegung. Wie soll ich jetzt daraufhin ein Cluster berechnen? Ich kann jetzt hier ein Retracement. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass das hoch bleibt, haben wir hier eine erste Unterstützungsmarke. Aber machen wir uns nichts vor, eine so eine dünne Linie wird jetzt den Markt nicht zwangsweise drehen. Habt ihr aber sowas wie Symmetrien da noch? Habt ihr sowas wie, also Symmetrien ist zum Beispiel, dass man guckt, wie waren denn vorherige Rücksetzer zum Beispiel von da nach da? Und legt die mal dann an und stellt dann fest, ah, guck mal, hier sind aber doch zwei Linien eng beieinander. Ja, das könnt ihr hier x-beliebig fortsetzen. Ihr könnt, also könnt auch die gesamte Bewegung nehmen hier runter. Ich mache mir mal das so ein bisschen exemplarisch und dann hier oben ansetzen. Dann ist das hier unten. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch die 61 8er Marke dazu. Seht ihr, wo die blinkt? Ich lasse sie mal blinken hier. Die blinkt auch da. Die 38 20er, die blinkt da. Das heißt, je mehr Marken ihr durch Symmetrie Verhältnisse hier beispielsweise durch vorherige Rücksetzer habt, je mehr da Überschneidungen sind oder Ähnlichkeiten und vor allem je enger sie liegen, desto eher ist die Chance. Und ich muss es leider wirklich so sagen, weil viele wünschen sich das. Nee, ich will es jetzt konkret. Kann ich da kaufen? Kriege ich dann Gewinn? Das ist Unfug, sowas zu behaupten. Wenn ich ehrlich bin, ist es sogar Unfug, sowas nachzufragen. Aber das funktioniert nicht. Aber die Chancen, dass Marktteilnehmer hier aufgrund dessen sagen, jetzt warte ich mal. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn einzelne Marktteilnehmer hier nicht mehr verkaufen. Je mehr Leute hier nicht mehr verkaufen und hier werden die von der roten Fraktion, die von der oberen grünen, von der hier, die sagen, diese Situation sehe ich. Da gibt es noch einige, die sagen, hier haben auch so ein Zwischenhoch noch. In diesem Umfeld verkaufe ich nicht mehr. Im Gegenteil, ich war hier oben Short gegangen, da schließe ich meine Position. Das sind alles kleine Käufe. Und diese kleinen Käufe haben die Chance, nicht die Garantie, aber die Chance, dass der Kurs abprallt und weiter nach oben geht. Und jetzt sind wir jetzt doch etwas leermäßig unterwegs. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, wenn diese Bewegung sich dabei als die eher Schwache abzeichnet im Verhältnis zu der Aufwärtsbewegung und wir dann eine Unterstützung bekommen und der Markt tatsächlich dreht, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass sich das halt in irgendeiner Form fortsetzt. Deshalb, das ist ein klassischer Einstieg. Man kann das versuchen. Das ist keine Garantie, dass man damit keinen Minustrade macht. Aber mein Stop kann ja dann unter dieser Marke liegen. Warum kann er darunter liegen? Naja, ich will ja eigentlich, dass der Kurs wieder steigende Hochs macht und nicht weiter abwärts. Da brauche ich auch keinen Kurs mehr, der tiefer ist. Kann ich den Stop hier hinsetzen und habe dann so viel auf der Risikoweite und wenn er zumindest mal das hier nach oben überschreitet, plus x, wir wissen ja nicht, wie weit er dann noch hochgeht, dann habe ich immerhin ein CRV, das mir wahrscheinlich erlaubt, den Stop, sobald wir hier in die Nähe kommen oder so knapp drüber zumindest mal, den Stop auf dem Einstieg nachzuziehen. Ich habe kein Risiko mehr, wenn er läuft. Super, wenn es nicht läuft. Ja, vielleicht habe ich sogar einen kleinen Gewinn, wenn ich den Stop ein bisschen höher noch nachziehe. Also das ist die Kunst der Trader. Ich weiß, es ist für viele nicht nachvollziehbar, aber ich werde nicht müde, es euch zu zeigen. In der Hoffnung, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt daraus. Das kleine Bild ist nahezu identisch bei den anderen Indizes. Jetzt hier aus Amerika ebenfalls der S&P 500. Schaut euch das an, da ist jetzt kein Riesenunterschied. Auch hier hat man so halbwegs den Eindruck jetzt im Nachmittagschart. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vielleicht ist er da schon perfekt in der Vorbereitung. A, B, C. Darauf gucke ich jetzt. Denkt immer dran, das geht ja in beide Richtungen. Habt ihr eine starke Seite, habt ihr eine wackelige, setzt sich die Abwärtsseite voraussichtlich noch mal vor. Das ist hier nicht so weit gegangen. Ihr seht, das ist aber nicht immer, dass es weit läuft. Richtig, das ist es leider nicht. Ja, dann werde ich halt, wenn der Kurs hier ist, wahrscheinlich nicht mehr bei meinem Einstieg ausgestoppt, äh, bei meinem ursprünglichen Stop ausgestoppt, sondern vielleicht schon irgendwo hier oder auf meinem Einstieg. Und ja, dann habe ich fast nichts verloren, habe aber eine relativ große Chance, die ja nicht so selten dann auch gut geht. Ich hoffe, dass das so ein bisschen nachvollziehbar ist. Im Großen allerdings ist das Bild noch anders. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht so super glücklich, was die Aufwärtsrichtung angeht. Im Großen, ich kann mir sehr gut vorstellen, vielleicht auch mit dem Umweg hier. Wir haben das Umwegsthema beim DAX ja auch schon besprochen. Aber dass wir hier nochmal nach unten gehen. Nur weil ich es mir vorstelle, muss es nicht passieren. Aber nur weil ich sage, fände ich doof, darf ich nicht sagen, nee, das wird nicht passieren. Es ist ein ganz klassisches, ein ganz normales, ein typisches Vorgehen im Markt. Ich muss das drin haben. Und wenn euch solche Rücksetzer stören, müsst ihr eure Gegenmaßnahmen dagegen treffen. Vielleicht mache ich das als nächstes mal in einem Video, äh, hier vielleicht morgen Nachmittag oder sowas. Aber, ähm, da müsst ihr euch überlegen, wie eure Gegenmaßnahmen dazu gestaltet. Aber ihr könnt nicht einfach sagen, nö, das sieht doof aus, das, das wird nicht passieren. Ähm, und dann seid ihr hier unten pleite, weil das dann vielleicht für euch zu teuer war oder eben unangenehm, was ja nicht unbedingt sein muss beim Traden. So, und das kann ansonsten hier beim Nasdaq das Bild gleich. Hier hatte ich zum Beispiel, hier habe ich noch eine alte Zeichnung drin gelassen, wunderschöner Schub abwärts. Meine Hoffnung, meine Erwartungshaltung, dass er sowas macht. Siehst du, Rödinger, hast keine Ahnung, deine Erwartung ist enttäuscht. Die wird regelmäßig enttäuscht. Sie ist aber völlig egal, weil sie führt ja nicht zu einem negativen Trade. Weil ich bin ja nirgends reingekommen. Er hätte das machen müssen, dann wäre ich an der Stelle short gegangen. Ja, aber siehste, den Trade hast du verpasst. Völlig richtig. So, das kann man jetzt beweinen und in Liedern besingen, dass man das nicht hingekriegt hat. Der nächste Trade wird ja wiederkommen. Es ist ja nicht die letzte Chance, die da ist. Es wird regelmäßig passieren. Rechnet damit, dass ihr nicht jede Marktsituation am höchsten Punkt verkauft und am tiefsten Punkt kauft, wo auch immer das dann nachher sein mag, sondern dass ihr halt zwischendurch Trades verpasst. Wichtig ist nur, dass die, die ihr macht, nicht so teuer sind, dass ihr den Spaß und vor allem den Geld in der Angelegenheit dann verliert. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße. Und im Nasdaq, um das nochmal zusammenzufassen, ist das bullische Bild, was ich bei den anderen beiden gerade gezeichnet habe, im Moment nicht zu sehen. Das vielleicht noch als Abschluss daraus. Das heißt, beim Nasdaq würde ich hier jetzt nicht aktiv werden. Ich fände Nasdaq wieder hübsch, wenn er irgendwie sowas macht. Denkt dran, so dieses mittlere Feld Fibonacci von oben bis unten. Das müsst ihr jetzt mal selber machen. Dieses mittlere Feld. Einfach so die Mitte mehr oder weniger ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Da wackele ich hin und dann die Fortsetzung nochmal zu handeln. Aber ich denke, das Prinzip habt ihr erkannt. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.